Hi Leute und willkommen zu unserem Video. Ihr seht, ich habe nur viel. Ja, es wird auch noch Polen zu geben. Ich habe diesen Looks ausgeliehen. Ich bringe es mal. Obersüß, Leute. Obersüß. Und da will ich anfangen. Ach, es ist so doof. So doof ist es in der Härte. Hier in der Härte passiert fast gar nichts. Du musst es positiv sehen. Ne, Maus, du musst es wirklich positiv finden. Denn wir haben nicht immer so ein gutes Leben wie jetzt. Vielleicht werden wir sogar eingefahren. Die Pferde muss zeigen, was ich... ...wenn ich nicht. Aua. Lass meine Frau los. Da ist Ärger. Schon lieber. Ja, aber du und deine Frau... ...ein Polen hast. Wenn es in Zukunft ist, dass du ein magisches Polen bekommst. Verstehst du es? Hehe. Nein. Nachdem das Gespräch, nachdem sich trächtig geworden ist... ...ein Jahr später... ...beschass. Oder... ...ja, gesagt... ...elf Monate später... ...ja... ...überspringen... ...ja... ...überspringen. Das ist ein... ...ein... ...horn. ...ja... dass es in der Filmkamera war. Sieht ja voll nicht. Du musst auch viel lernen. Mama. Mama hat jetzt noch mal geschaut. Das ist so süß. Du bist so süß mein Kleider. Aua. Gibt es die gut? Ja.